Hallo Tante Wilma, es hat geklappt mit der Wohnung. Ich habe sogar schon den Vertrag unterschrieben. Jetzt muss ich nur noch die Kaution überweisen, dann ist alles perfekt. Ach, Wann, der erreicht jetzt ja gar keinen mehr. Nun bleib doch mal locker, Vanessa. Bei der Volksbank kannst du doch noch anrufen. Echt? Ja, sicher. Immerich Rees, mein Name ist Gaby Hövelmann. Stimmt, die sind noch da. Sag ich doch. Eine Mietkursion überweisen. Selbstverständlich, sehr gerne. Ich brauche nur kurz ein paar Angaben. Kundennähe ist unsere Stärke. Entweder Sie kommen zu mir in die Geschäftsstelle oder rufen ganz bequem im Servicecenter an. In jedem Fall sind Sie direkt und ganz nah bei Ihrer Volksbank. Unsere Philosophie? Unser neues Kundenservicecenter ist Ihre Volksbankfiliale am Telefon. Wir lösen Ihre Anliegen und erfüllen Ihre Wünsche und das schnell und kompetent. Profitieren Sie von unserer Erreichbarkeit. Wir sind von Montag bis Freitag für Sie in der Bank. Von 7.45 Uhr bis 18.15 Uhr. Wir nehmen Ihren Auftrag gerne entgegen, egal wo Sie gerade sind. Probieren Sie es einfach aus. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Erledigen Sie Ihr Bankgeschäft jetzt schnell und bequem. Aber immer von Mensch zu Mensch. Übrigens, mit den Leistungen des Servicecenters meint die Volksbank auch Service und nicht Service. Und wenn Sie jetzt noch was bestellen wollen, können Sie das gerne bei mir tun. Wenn Sie das gerne bei mir tun, können Sie das gerne wissen, können Sie die Volksbank auch im Regionale anmelde. Bis zum nächsten Mal.